Und somit ein, hallo meine Bäumchen, schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen. Ich freue mich an Cola-Keks nach Minecraft, ja. So, ihr hört was, ne? System ist nämlich auf volle Pulle. Ich brauche echt mal eine Musik-Playlist oder so, ne? Das wäre, glaube ich, echt mal gut. Dragon-Musik ist super. Dragon-Musik? Finde ich das bei Spotify, Dori? Und ist das, äh, darf ich das benutzen? Ist das machbar? Äh, wir gehen dann nochmal... Ah, okay, danke. So, Fackeln können wir immer gebrauchen. Geil, da können wir nämlich jetzt auch nämlich... So, ich hätte nämlich gern Spitzhacke, haben wir jetzt erstmal Stein genug. Schaufel können wir gleich noch machen. Gut, Eisen haben wir auch erstmal, das ist doch mal ganz gut. So, wir können aber ein bisschen was hier mal reinstopfen, weil ich das alles noch nicht nur brauche. So, ja, den können wir einmal hier reinstopfen. Und den können wir auch einmal hier reinstopfen und das auch bevor es verloren geht. So, Spitzhacke haben wir. Also, so ein Eisenschwert war, glaube ich, nicht verkehrt, ne? So ein Eisenschwert. Wir sind Eisenschwert. So ein Eisenschwert. Wie mache ich dann nochmal ein Eisenschwert? Ich bin doof. Ja, findest du bei Bandcamp und darfst du frei nutzen. Dragon haut extra Musik fürs Dreamer raus. Ah, okay. Gut, ich gucke mal eben. Warte mal. Ich schicke es mir ein. Die schicke es mir einfach, weil so ein bisschen Musik wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ein bisschen Musik wäre nicht verkehrt. Oh, play. Hört ihr die Musik? Ey, da müsste Musik sein, überall, wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, spiele ich es wieder und wieder. Oh, süß. Ist die Musik laut genug? Müsst ihr mir mal sagen, ne? Ob die Musik jetzt so laut genug ist? Sind ja noch am Austesten, ne? So mit Tannetechnik und so. Na, ihr wisst, was ich meine. Boah, geil. Das mal mit Eisenschwert. Geil. Ich mache mir gleich mal zwei, weil ich kenne mich doch so. Okay. Ich will, glaube ich, nochmal ein paar Spicks haben. So. Schön. Musik kommt gut an, klingt gut. Ist gut abgemischt. Okay, super. Okay. Dann würde ich mal sagen, zu essen haben wir. Und ich sollte mal was essen. Ich habe hier mein Getreide schon. Uh. Uh. Ich habe Getreide. Schaut mal. Ich habe Getreide. Ja, ja. Und Getreideweizenkörner. Musik. Musik. Sehr schön. So. Hallo, Chat. Wie geht es euch denn so? Erzählt mal von eurem Jux und Dollereien und so. Ne? Stellen kann ich erstmal hier reinlassen. Tauschen wir die Erde mal durch. Holz kommt da rein. Das brauche ich gleich nicht. Die Steaks nehmen wir mit. Den Eisen nehmen wir mal nicht mit. Da habe ich ein bisschen Angst. Und den Weizen haben wir schon mal. So. Da haben wir noch ein bisschen was zu essen. Das reicht vielleicht erstmal. So. Weil ich will jetzt ein bisschen... Ich brauche ein bisschen... Ich brauche mal ein bisschen was. Ne? So. Wir haben nämlich hier so einen schönen, ne? Musik hat vorgestern meinen inneren Mom zerstört. Wieso? Erzähl. 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 Oh, warte mal. Ja, doch. Die ist ja da. Die Fackel ist ja da. Nur 24 Stück. Vielleicht reicht das ja schon. Wir wollen ja nur ein bisschen Kohle sammeln, ne? Oh, Kohle. Tanne ist voll ängstlich. Weil Tanne doof. Ist der hier hingekommen? Der ist gespawnt, ne? Aber hier ist Kohle, Leute. Hier ist Kohle. Habe ich so jetzt deinen inneren Mom zerstört? Erzähl. Was ist los bei dir? Oh. Wir brauchen die Kohle. Wir brauchen Kohle für den Ofen. Und wir brauchen Kohle, um... Wir müssen das Wetter ein bisschen, also nicht das Wetter, sondern hier, ne? So ein bisschen das Ding da mal überhalten. Oh mein Gott. Was hat dein Ding im Palib gemacht? Arbeitsfetzen. Danke für dein Foto. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich hoffe, es gefällt dir hier und du bleibst noch ein bisschen. Bye. Ich möchte noch ganz viel weiter bauen, aber wir brauchen natürlich auch Kohle, um das alles richtig zu machen, ne? Oh. So, Koppel schadet auch nicht. Dann auch noch Kohle. Ach, ich mag Mein Kampf. Mein Kampf ist so schön entspannt irgendwie, oder? Oh. Oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Wie spreche ich das richtig auf? Danke für deinen Wave. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen, ihr alle. Hallo. Freue mich. Willkommen und danke dir nochmal für deinen Wave. Vielen lieben Dank. Danke schön für deinen Wave. Vielen lieben Dank und hallo, willkommen ihr alle. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Oder was gab es denn Schönes bei der Lü... Äh, der Lü... Und Aboir11, danke dir auch für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es gefällt dir und du bleibst vielleicht noch ein bisschen. Ah, modded Minecraft. Ja, ich weiß, mein Name ist fies. Ja, dein Name ist echt fies. Ein bisschen. So ein kleines bisschen. Ihr habt auch Minecraft gespielt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Kannst du deinen Freund grüßen? Er heißt... Kannst du meinen Freund grüßen? Er heißt Jarak. Ich glaube, es reicht schon, dass ich gerade den Namen vorgelesen habe, oder? Sehr schön. Ähm, Honkel, Dobi, danke. So. Äh, hier waren noch mehr Kohle nie, ne? Da müsste ich weiter runter. Aber das ist noch sehr interessant. Da werden wir uns noch runterbegeben. Da werden wir uns wahrscheinlich eine schöne Treppe bauen, runter. Und ich habe mir doch extra ein bisschen Erde hier eingepackt. Für sowas. Damit es hier nicht so... ... aussieht und so. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich komme hier gar nicht zum Spielen. Oh. Habt ihr... Habt ihr... Wie seid... Wie seid ihr schon... Wie weit seid ihr schon in Minecraft? Ich bin gerade voll lubig noch unterwegs. Und... Ja, aber es bringt voll Spaß. Ich bin so happy, mal wieder ein bisschen Minecraft zu spielen. Und nicht hier runter vorhin, Tammel, ne? Äh. Oh mein Gott. Schön. Auch danke dir, Foto... Danke dir, Lucreziav. Danke für dein Follow. Dankeschön. Oh, es ist dunkel. Nein. 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 Ja. Ja. Wunderschön. Das ist aber ein schön Bogen. Du hast aber ein schön Bogen, du. So, dann schlafen wir mal eine Runde. Oh, die Musik ist... Oh, was... Die sind mir sympathisch. Dankeschön, Abo. Die Musik ist zu laut. Ich habe gerade meinen Chat gefragt, ob die Musik zu laut ist. Schließe. Abo. Masi. Geht's nicht so gut, glaube ich. Dumme Wasser, Mundschienen, heller als ein Autopizipel. Langsam in die Ecke vor. Ganz genau. Abo, ist das wirklich zu laut? Ist die Musik zu laut? Der Chatman hat mir gesagt, dass es noch nicht so laut ist. Ich habe heute auch nichts geschafft im Minecraft. Ganz kleine Hütte, ganz kleiner Keller und sehr viele Tote. Haha. Geil. Ach, schön. Ich freue mich, ich freue mich. Also, die Musik ist wirklich zu laut. Also, Chat, ihr müsst mir das sagen, wenn die Musik zu laut ist. Ich mache die sonst ein bisschen leiser. Geht das jetzt weiter mit Musik hier? Was hast du gesagt? Wir hören dich nicht. Die Musik ist eins, aber die Musik ist zu laut. Lol. Hä? Ich mache mal ein Mühe leiser. Ihr müsst mir das nur sagen, ne? Ich finde es immer doof, später in der Aufnahme zu sehen, ob ich halt noch, ne? Und so. Huch. So. So, hier ist doch irgendwas gestorben. Doch nicht. Äh. Was wollen die denn schon wieder von mir? Alter! Geh weg! Ihr seid lieb am Tag, ne? Ja. Gehst du auch von meinem Haus weg? Ist der Hammer, oder? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Verschwindel. Na gut. Komm her. Komm her. Komm her. Ein Kuschelküper, ja. Ein Kuschelküper, ganz genau. Nein! Au. 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 Ich habe noch nicht mal Kohle gefunden. Props Kopf, ey. Mann. Warum sind hier so viele Spinnen? Ich glaube, wir hier meinen Pool jetzt einbauen können. Ah. Haha. Ah, schön. Töte sie alle? Ja, ich töte sie alle. Genau. Ich werde ein bisschen Weizen wahrscheinlich mal ein bisschen. Wir haben ganz viel Kohle jetzt, ne? Wir können jetzt ganz viel, äh. Ist ja gut. Was beschwerst du dich denn? Ich mache hier nur das Loch zu. Ist alles okay. Du bist nur gleich tot. Jetzt zeig dir mal meinen Popo. Ich glaube nicht. Jetzt zeig dir meinen Popo. Ich entschuldige mich dafür, aber ich möchte noch hinzufügen. Pizza ist ja wirklich Liebe, ja. Boah, ich liebe Pizza, ne? Pizza ist Liebe, mit Liebe gemacht. Ach, schön. Ich freue mich. Wie bist du denn eigentlich so? Erzähl mal, was spielst du denn noch so? So, so. Was spielst du denn noch so auf Twitch? So. Die Spinne geht mir so ein bisschen auf den Nerv. Okay. Das schaffe ich nicht. Hey, ich kann jetzt Rezepte machen, andere so. Ach ja, ich muss mal was essen. Ich muss auch mal was anbauen, noch weiter. Jetzt ist diese Musik... Ja, jemand sagte gerade zu mir, dass die Musik zu leise ist. Ist die Musik so zu laut? Ich habe sie jetzt gerade mal ein bisschen lauter gemacht. Ist das jetzt zu laut? Ich weiß die das doch nicht. War es die Musik zu leise? War es die Musik zu laut? So, ich habe nämlich übrigens... Ich habe eine andere Idee mit dem Haus. Ich will jetzt nicht nur so ein eckiges Haus machen, wie hier. Ich mache hier hinten noch so ein L dran. So ein L-Haus wird das. Ich glaube, das ist ganz cool. Wisst ihr? Machen wir nämlich jetzt hier noch. Habe ich Holz dabei? Nein, natürlich nicht. Hey, Tanne ist verwirrt. Tanne ist verwirrt. Tanne ist immer verwirrt. Komm, bei Tanne ist verwirrt. An dem Sonntagabend. Ich bin begeistert. So. Also ich wollte hier noch so machen. Momentan ist wirklich Mordet Minecraft, aber wenn Monster Hunter Story 2 raus ist, wird es auf jeden Fall erstmal eine Weile das. Oh, das kann ich verstehen. Eine Zeit war fast wohl sehr präsent. Kleine Mission Games. Ja, das ist cool. Also bei mir ist Minecraft ganz spontan gerade sehr neu. Also nicht das Spiel an sich, weil ich kenne das Spiel ja. Ich glaube, das reicht schon von der Breite. Oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ich spiele viel Click and Point Adventures. Das mache ich ganz gerne. Und ich muss mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir hier. Ich glaube ja. Oder fünf. Machen wir fünf frei. Sind die komischen Dinger wieder eigentlich weg? Ja, naja. Ich glaube, so ist cool. Genau. Also aktuell so eigentlich gerne Click and Point Adventures. Das ist Minecraft gerade jetzt recht frisch. Und ich mache mir gleich nochmal eine neue Axt. Ne? Wer ist denn das? Eisen? Und? Ja, was spiele ich sonst so? Musst du mal gucken. Also ich spiele alles mögliche, was mir zusagt. Heute ab geht es dann auch nachher noch. Äh, Grusel LP mit, äh, Semedium geht weiter. Ich bin auch sehr gespannt, ob Semedium heute mal durchgeht. Äh, oh, my little brother Rabbit wird ja dann auch wirklich sagen. Ja, ja, das sagt mir auch so ein kleiner Bruder. Ja, ja, das sagt mir was. Das sagt mir was. Haben wir das nicht auch gespielt? Ich weiß, das kann gut. Das kann ja jetzt ja wieder dann raus. Ja, ich glaube schon. Obwohl. Vielleicht lasse ich das erst mal so. Und dann machen wir nämlich hier. So. Und dann haben wir kein Holz mehr. Yay. Ach, schön. Schön, schön, schön. Ach, hier ist ja noch eine Ecke. Die muss ich ja wieder machen, ne? Also, die Ecken. Die Ecken haben sich anders gemacht. So. Wie oft sage ich eigentlich so? Kann das mal jemand sehen? Oh, my God. Ähm. Ja, also ich freue mich, freue mich, freue mich sehr. Und ich bin immer gern dafür, für eine Fragerunde, das können wir gerne auch regelmäßig sonst einführen, dass wir eine Fragerunde machen. Egal, ob es entweder Oder-Fragen sind oder allgemeine Fragen, die ich vielleicht beantworten werde. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, würde mich freuen. Haut rein in die Tasse. Wenn ihr Bock auf entweder Oder-Fragen habt. So, ich habe ja hier so ein paar Bäumchen dann gepflanzt. Die werde ich jetzt mal scharlachten. Ach, schön. Wir müssen auch noch, wir werden natürlich auch heute noch mal beim Fuchsfräulein vorbeischauen. Was sie da so angerichtet hat. Die hat nämlich letztens auch wieder gestreamt und an ihrem Häuschen weitergebaut. Ja, das hat sie gemacht. Es tut zwar weh zu sehen, dass Holz mit der Spitzhacke abgebaut wird, aber naja. Das war eben echt nur ein Ausnahms... Das war ein Fehler. Ich habe mich einfach nur vertippt. Es tut mir leid. Ich mache ja gerade schon die... Ich baue gerade Holz mit einer Holzsackes ab. Das ist doch auch okay, oder? No hacken-shaming. Ah, ja, ja. So ist das. Frage, warum sind Dory, Carina und Monkel die besten Mods der Welt? Yay, das kann wohl, glaube ich, der Chat beantworten, oder? Ich beantworte es einfach mit, weil sie einfach geil sind. So beantworte ich das. Oh, ich habe ganz viel Kommen. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt hier? Oh, hallo, hallo, hallo. Danke, danke, Galex-Timent, für die Tannenzapfen-Bits. Dankeschön. Dankeschön. Muss man auch irgendwann mal was kochen hier, ne? Oh, guck mal, Stöckle. Ich bin total überfordert, was ich als erstes machen soll. Was da am besten ist und so. Ich habe ja hier noch ein Bäumchen. Doppel, doppel, doppel. Äh, nee, ich bin nur klug. X-Galaxy, ach so ist gar nicht Galaxy mein Gewinn, Entschuldigung. Galaxy Kenny X, X-Galaxy Kenny X. Dankeschön, danke für deine fünf Tannenzapfen und danke dir auch für dein Follow. Ich hoffe, es gefällt dir hier und du bleibst auch noch ein bisschen. Ich würde mich sehr freuen. Dankeschön. Ah, es wird schon wieder dunkel. Krass. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Der Tag geht ja mal viel zu schnell vorbei. Nein! Mist, das war ein Fehler. Nein, das ist auch falsch. Okay, machen wir morgen. Gehen wir erst mal noch rumschliefen. Hm. So, das finde ich nämlich ganz cool hier so. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Ich fand das sonst irgendwie zu simpel. Der ganze Bullshit hier. So, kann ich schon schlafen? Ja, kann ich. Wunderbar. Kannst du mich ruhig Kenny nennen? Okay, Kenny. Okay, sehr gut. So, weiter geht's am Haus. Wir können uns schon mal hier... Ähm... Ich bringe hier nochmal eine Axt... Ach, ich hab kein Eisen dabei. Wo ist mein Eisen? Wo ist mein Eisen da? Kann ich eine Axthacke machen? Eine Eisenhacke? Hab ich genug für eine Eisenhacke? Nein, hab ich nicht. Verdammt. Mist, die Kiste. Ich hab nicht genug für die Eisenhacke. Das ist ja... Uff. Naja. Ist so. Ist... Jetzt hab ich schon wieder... Entschuldigung, Kenny. Aber das passt ja ganz gut. Zack. 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 Das muss ich gucken, ob ich das da lasse. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Da machen wir nämlich einfach ganz normales Holz. Zack. Und zack. So, da haben wir den Grundbaustein noch... Den Grundbaustein schon mal gesetzt. Und dann werde ich hier mal aushöhlen. Hier muss ja überall noch Stein rein. Entweder Koppel wieder. Also ich weiß noch nicht, ob ich ein Koppelfen greibe. Weil ich finde eigentlich diesen anderen Stein viel geiler. Ja, Koppel ist sowas, finde ich... Für und für und... Für und für und... Für und für und... Keller oder so. Na? Also ich meine halt so... Zack. Und ich lauf immer falsch. Also wenn ich zum Beispiel... War das nicht so? Hallo. Ich habe jetzt Koppel hier, ne? Koppel so, Koppel da, Koppel tralala. Wartet mal, ich muss ein bisschen mal hier... So. Ich muss mal ein bisschen aufräumen. Ich kann gleich noch mal was anpflanzen, würde ich sagen. Okay, lass mal kurz was anpflanzen. Zack, 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 zack. Das löst sich auch langsam mal auf. Ein Träumchen. Flop, plop, plop, plop. Äh, das wollte ich gar nicht. Hä? Hm, doof. So wollte ich machen. Genau, so wollte ich doch machen. Vier Stück haben wir sogar. Sehr schön. Sehr schön, zack. Bisschen kann ich es ja, ne? Bisschen. So, wir brauchen ja noch mehr Holz. Deswegen machen wir mal so und so. Und so. Und so. Ich will so viel machen. Ich will hier auch einen Weg rüber machen zu Fuchsfräulein. Mit dem Tunnel und so. Aceratus. Schönen guten Tag. Freu mich. Hallo. Schön, dass du da bist, ne? Ich wollte nämlich dann jetzt hier mal nicht auf den Ofen springen. Aber theoretisch haben wir doch so. Und war das nicht so? Ging das nicht so? Ging das nicht so? Nee, das war nicht so. Das ist doof. Wie war denn das? Ich will... Hm? Wie war denn das? Ach doch, ich muss Stein machen, ne? Ich muss Stein machen, um zum Beispiel, ähm... So, ich will sowas hier. Steinziegelboden. Ich finde das irgendwie viel cooler. Also muss ich doch hier, ne, so machen wahrscheinlich. Und so. Ist das richtig? Wahrscheinlich. Was ist denn heute schönes Gebäude? Schau mal. Das ist mein kleines Häuschen. Noch total im Anfangsmodus. Also noch gar nicht großartig, äh... Ne? Und so. Hallo. Aber wir sind dabei, die Welt zu erforschen. Und wir können ja mal gucken. Hier ist unsere kleine Höhle, wo wir schon angefangen haben. Wo wir noch weiter erforschen werden. Gibt es hier auch rein? Oh! Hier geht es auch rein. Hier geht es sogar noch weiter rein. Geil. Ich will mal kurz gucken. Beim Fuchsfräulein, wie das da so aussieht. Was sie alles gemacht hat. Vier Stein, vier... Äh, gleich Steinziegel. Okay. Weil... Wir müssen auch noch mal Sand sammeln gehen. Und ich brauche unbedingt ein Atlas, weil ich bin der, so ein Mensch, der sich gern verläuft. Uh! Okay, das ist krass. Ihr wisst noch, wie er es letztes Mal ausgesehen hat. Da war ein kleines... Nur ein kleines, süßes... Ist sie da? Da war nur ein kleines, süßes Häuschen. Ist sie da? Oder ist das ein Schaf? Das ist so ein Verkäufer, so ein Händler. Was machen... Was machen sie hier? Hallo. Uh, was ist denn hier los? Hallo, Schokowaffel. Danke dir für dein Follow. Schön, dass du da bist. Hallo. Waren der Händler. Waren der Händler. Oh, krass. Kugelfischeimer. Wie geil ist das denn? Wow. Cool. Hat sie den hier eingesperrt? Krass. Oh, sie hat ja komplett umgebaut hier. Wow. Also Respekt. Ja, hat sie umgebaut hier. Ganz schön heftig und so. Hier geht es in ihre Mühle. Goll. Finde ich auch. Lustig. Ach, lustig. Hallo, Baldamir. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Spielt da noch jemand mit dir auf dem Server? Theoretisch ja. Das ist von Sunny Fox. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Sunny Fox hat sich einen Minecraft-Server geholt und hat ihn uns angeboten zu nutzen. Weil er einfach nett ist. Und ja, bisher haben bisher aber, glaube ich, nur Fuchsfräulein und ich hier drauf wirklich gebaut. Und ja. Mal gucken. Vielleicht kommen die anderen auch noch dazu, dass Sunny Fox, ich und zum Beispiel auch Fuchsfräulein, die sind zusammen in einer Twitch-Gemeinschaft, die nennt sich Streamliner. Und ja. Ja. Say more. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dankeschön für deine Follow-Shift, dass du da bist. Bleib, bleib, sie noch ein bisschen. Dankeschön. Sind die Bäume schon gewachsen? Kroß. Ja, und das dann wird mein kleines Reich. Kann man so sagen, ne? Das kann man so annehmen, glaube ich. Alter, was ist denn hier los? Ach, das ist ja meine Höhle. So. Gucken wir doch mal, was hier der Stein... Oh. Dass ich mal draufsteigen muss, wie eine Blöde. Okay, wenn ich jetzt so mache. Steinziegel. Ich nehme die mal mit. Ich will mal ein bisschen, wie das aussieht. Da kommt auch noch eine Tür hin, würde ich sagen. Müssen wir noch jedenfalls Glas holen. Und wir brauchen ganz viele Steine und Kugel. Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht schon geiler aus als Koppel, oder? Was sagt ihr? Ja, definitiv, oder? Das stimmt. Nee. finally.